Es ist die innenpolitische Bombe des Tages. ÖBAG-Chef Thomas Schmid muss mit sofortiger Wirkung seinen Vorstandsposten räumen. Schmid zieht sich auf Wunsch des Aufsichtsrates noch heute aus der ÖBAG zurück. Der ÖBAG-Chef wird interimistisch von ÖBAG-Direktorin Christine Kataster abgelöst. Sein Rückzug wird Schmid jedenfalls fürstlich entlohnt. OI24 liegen die Details der Vertragsauflösung und der Vertrag von Thomas Schmid vor. Laut Vertrag steht Schmid ein Gesamtjahresbezug von 400.000 Euro zu. Inklusive Prämien kam er auf rund 600.000 Euro Jahresgehalt. Der Vertrag wäre allerdings ohnehin mit 28. März 2022 ausgelaufen. Spannend, unter Punkt 15 im Vertrag geht es um eine vorzeitige Abberufung und Beendigung des Anstellungsverhältnisses. Wörtlich heißt es hier, im Falle der Abberufung von der Vorstandsfunktion aus anderen wichtigen Gründen ist eine Kündigung des Anstellungsverhältnisses unter Einhaltung einer halbjährlichen Frist zum Ende eines Kalendervierteljahres durch die Gesellschaft möglich. Wie OI24 aus dem Aufsichtsrat erfuhr, soll genau dieser Passus Grundlage für die Abfindung von Schmid sein. Schmid erhält eine Gehaltsfortzahlung für ein halbes Jahr. Also die Hälfte seines 400.000 Euro Jahresgehalts, sprich 200.000 Euro. Bonus erhält Schmid für das Jahr 2021 keinen mehr. Ja. Ja. ... ... ...